hey leute ich bin's showkazu und ich habe meine geburtstagssammons geholt und die wollte ich mit euch machen ich hoffe es ist was anständiges dabei am liebsten wäre mir ein feuerparking oder jedenfalls da das wäre so dass auf das ich hoffen würde aber mal was mir das spiel gibt ob es mich wieder mal enttäuscht oder ob ich mal glück bekommen wäre natürlich sehr geil oder irgendwas cooles zu ziehen aber wir wissen ja wie das ganze läuft es kann man vorher nicht sagen jetzt gehen wir erstmal auf channel 5001 weil ich da meine vanessa gezogen hat und dann hoffen wir mal also ich werde nicht skippen lassen das ganze angucken das bisschen der zeit vergeht das vielleicht was besseres kommt und dann gucken wir mal was dabei auskommt ich hoffe es ist wieder nichts ok haben wir schon mal blitze schon mal anfangen und es ist eine vector fließt natürlich und nochmal und wieder eine vector fließt aber scheiße wenn es schon so los geht naja gucken wir mal haben wir noch ein paar sammens phones ich hoffe echt dass noch was gutes dabei ist ok jetzt machen wir einen dark scroller guter pull könnte schlechter sein aber eigentlich warte ich immer noch auf habe ich es gibt es muss ich ausgleichen dass ich immer noch auf den FeuerICA gehen oder aus dem 5 Stars Okay. Komm schon, gib mir was Gutes, kommst du aus. Ich krieg nicht mal mehr Blödsinn. Ich werde mich nicht im vornherein beschweren. Gut. Yeah. Ja. 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 Ach komm schon, gib mir wenigstens Blitze, du setzt kein Net vorgewiesen. Oh, da kommen die Blitze, und es ist eine P-Ray, und jetzt machen wir noch einen leiten Tag, und wieder keine Blitze, ach du kacke, das ist ja geil, Licht wäre wohl auch noch, ok, das gefällt mir, aber ich will jetzt trotzdem noch irgendwas cooles, irgendwas cooles, gibst Ok, wir hatten jetzt ein Net vor, jetzt brauchen wir noch ein Net Pfeif, komm schon Komm, nee, nee, bitte. Okay, nochmal Blitze, nochmal Hoffnung. Und ein Zububus. Och, Menno. Und die letzte Light & Dark. Blitze! The fuck! Nice! Okay, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Kein Net Vor, äh, kein Net Five, aber sehr, sehr geile Monster von Light & Dark. Also die normalen Mysticals waren Crap, keine Frage, Leute. Er weckte Three Stars und Scheiß. Aber the fuck! In einer Beschwörung, Jultan, Eschir und der Lichtsamurai. Geile Nummer. Was kann der Lichtsamurai? Kraft alle Feinde zweimal mit leuchtender Schwert in der Gegend. Der Schaden steigt um 25%, wenn der Gegner unter schädlichen Effekten leidet. Landet immer einen kritischen Treffer, wenn das Attribut des Gegners Dunkelheit ist. Es gerativiert mit 50%iger Wahrscheinlichkeit. Geile Nummer, geile Nummer. Das kann ich endlich einen richtigen Licht Attacker bauen. Also einen richtigen Nuke. Weil das ist ein Nuke Skill. Der macht ziemlich Schaden, das sieht man ja auch immer an ihm. Das ist ja dasselbe hier. Ja, das freut mich. Wenigstens etwas bei meinem Geburtstag Samus. Auch wenn die normalen alle scheiße waren. Aber die drei Leitenden Darks Royals waren super. Alles klar Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschö.